hallo youtube und halli hallo meine lieben zockerfreunde und willkommen zu einer neuen folge eigentlich wollte ich diesen ladebildschirm jetzt gerade nicht anlassen oder anmachen aber wie ihr gesehen habt hat sich das bild geändert ich glaube wir hatten letztens die lade sequenz da war der fuchs glaube ich noch dabei oder haben wir das gesehen ich meine schon bin mir nicht sicher jetzt muss ich lügen auf jeden fall hat sich das lade der lade das ladebildschirm der ladebildschirm geändert und das wollte ich euch nicht vorenthalten das sieht immer so ein bisschen cool aus und der vogel wäre jetzt davon geflogen aber ich musste jetzt ewigkeiten warten bis er wieder gelandet ist gut dann sind wir eigentlich dabei die müde in gang zu bringen ich glaube einer haben wir schon ja genau und das ist die zweite wir sind oben schon im turm ich komme nicht runter ich wusste es in die falsche richtung ran also ein neuer versuch mal gucken wir in die andere richtung hier wäre ein felsvorsprung gewesen ich schau mal weiter hier bin ich nicht geschützt oh das ist aber fies jetzt ist jetzt wird es aber creepy hier muss ich hoch hier sind wir richtig ja ja chill 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 die base das ist jetzt weg raus so und nehmen wir gleich mit und dann geht es gleich weiter so was irgendwie selbst erklärt ok darüber ist mir auch noch nass geworden frechheit ne hier fehlt was ist der falsche oder das ist der falsche oder kann das sein das hätte ein anderer sein müssen deswegen gibt das jetzt gerade keinen sinn na ja jetzt warte mal toll ich schaff das nein ach hallo bin ich ich sehe nichts ach gott ist nicht lang ok einmal hier durch dann auch durch bin jetzt total behämmert geht hier eine tür auf kann das sein wenn ich das ding da probieren es nochmal vielleicht überziehe ich irgendwas jetzt geht der monitor aus ich krieg die krise hey so normal ist müsste es mit einem schatten ich glaube da oben ist ein schatten hin sonne das licht wir probieren es nochmal vielleicht hat sich ja doch irgendwas geöffnet und ich sehe es jetzt gerade mit das licht ich bin im schütze hm ja hm nöt das licht richtig du vogel ok hier ist nix aber hier ist auch nix und da komme ich da hoch da ja eh 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 stopp war die treppe vorher schon da Mist 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 ich wusste es war die treppe vor ja jetzt chill mal die base mann du vogel gibt man auch strafen wenn man das noch tausend macht jetzt echt gedacht das mag es irgendwie aber das geflutet hier da wird immer viel passiert so irgendwas mache ich wieder verkehrt schon mal dann nochmal durch kann ja nicht so schwer sein oder nach bin ich blöd da fehlt was oder das war es schon alles klar auch mit der und jetzt verschieben oder in den schatten verschieben bestimmt nicht gesehen der schreit auch mensch macht er nicht genau geht doch so muss das ich will nicht ertrinken ich bin schon drunter ich bin schon drunter lass mich bloß in ruhe du vogel das stimmt hier hin weil jetzt kann man da aha super sehr schön das ist aber eigentlich nicht so cool was ich hier machen weil irgendwie zerstöre ich ja das ist nicht den lebensraum oder so oder nicht so viele fette wolken aber wir können jetzt hier außen rum das machen wir jetzt mal ins wasser springen wir dann immer noch aber hier komme ich dann nicht mehr hin aber hier komme ich dann nicht mehr hin aber hier ist nur eine mühlfahrt schade wenn ich hier ins wasser springen bin ich tot oder nicht ne ich glaube ich muss da rein da war hier so eine treppe ne ich glaube das ist gehuppelt gehoppelt wie gemoppelt aber hier ist ein ding oh cool ein schlüssel noch lohnt sich also doch alles anzugucken das heißt ich habe theoretisch jetzt auch eine neue begleitung bekleidung oder mal gucken schlüssellöcher ah es gibt ne was sind die klamotten ah schade doch nicht ich hätte gedacht das schalte die kleine neue ding frei galerie schade schade da kann ich ins wasser springen muss jetzt nicht sein da werde ich mal jetzt in die mitte jumpen und gucken was passiert ich muss aber runterreisen bin ich gleich tot das ist ne enge nummer jetzt grad ich würde die ganze Zeit ob es hier noch was geben könnte ich probier's nochmal mit viel viel luft das ist ne enge nummer ja wuschi wuschi wusch mit dir hoch oh wollten wir da trinken wär qualvoller tot gewesen für den junior ja ah das müssen wir vorher hoch geklettert alles klar jetzt weiß ich wo wir sind da kann man da runter genau wenn man das mal gekommen alles klar das war eigentlich nur noch die letzte mühle die wir drehen müssen also die unter wasser stadt haben das ist ja eigentlich schon fast easy going oder kann das sein das sag ich mal nicht weil ich kenn das ich verschreie es wieder und dann suche ich 5 stunden nach dem Mist hallo 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 meine Freunde hallo 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 immer noch schiss mein der fuchs sagt er so da lang und die schauen alle in die doofe Höhle rein ich guck auch mal an die blöde hallo hallo oh fuck von da bin ich ja gekommen ach man alles klar das hab ich gedacht mein gott wir sterben ja doch den fuchs hinterher ich brauche dich mal für den Screenshot komm lass mich ach Mensch verschwindet da nicht du feigling wollte ich den jetzt brauchen für den Screenshot trocken ne ich wollte das hinten Mist die kommen ja wieder genau beim Schnürsen gewinnen hallo 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 schiffe ok hier kann man hoch hier kann man hoch das machen wir mal oder versuchen wir hier hochzukommen was will ich wissen was hier gibt gehört bestimmt zum spiel dass man da hoch muss aber bei meinem glück finde ich wieder kein secret sondern das den richtigen weg vom spiel her den richtigen weg vom spiel her den richtigen weg vom spiel her ach so da geht es in den tor rum gell äh warte doch und sie küsst du von ja nice so liebe ich das na ha ha wenn man das halt schon von anfang an wüsste ne dass man das einsammeln muss wird einem so viel erleichtern ich meine das sind ja nur secrets aber trotzdem da geht es einfach ums prinzip ums prinzip das schaffst du das das ist schade ein schiff ist nix jetzt wollen wir da mal runterschwingen wir wissen ob es da was gibt ach so ok da war ja schon was ist denn da wo ist der fuchs hier gerade weiß ich ja nicht hallo habt ihr meinen begleiter gesehen hallo 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 fang dich fang dich hm 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 gehts hier rein lol als ob wann wärs sonst nicht reingekommen da hin loci da oben kommennit hiiler nix fingen nie schreien da ist so dunkel jana die Letzenya schon bekommen kriegt bei der Aufnahme, dass es so extrem dunkel ist mache ich eh schon überall das Licht an vielleicht dann auch mal da in die Richtung vielleicht gibt es hier unten noch was mit dem Sprung her fange ich dann aber wieder von vorn an ok ok hoch mit der so das ist ein guter Unterschlupf oder? das klappt ah Jungs und Mädchen wo müssen wir denn hin? wo ist denn der blöde Turm? da jaja ich komm schon ich komm schon du weißt du bist eigentlich da auch Hund ui fuchs tschuldigung der ist jetzt nach rechts abgehauen ok ich würde aber nach links gehen ah nach links kann ich nicht alles klar gut läuft ich würde echt interessieren was das blammer anzünden bringt eigentlich blammer anzünden bringt eigentlich ich will jetzt aber Schwenk gehabt mit dem Vogel ja nicht hm sondern genau 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 der genau den brauchen wir den ha mal ich bin zu böse zu mir Vogel ich bin ein ganz lieber Mensch versprochen ich werde dich nur vertreiben nicht mehr umbringen bestimmt bestimmt glaube ich und jetzt in die falsche Richtung gehupft man kann auch hier runter ne hier runter kann man nicht alles und da kam ich ja oh man oh fix oder ich komme von da oder ja ja genau ich komme von da bin dann da rüber gejobbt so was schaffe ich ja nicht weil hier ist ja hier ist ja nix wo ich mich verstecken könnte doch da hast du wieder ah da muss man alles klar bärchen da hoch ja ok läuft 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 bei mir jetzt muss ich da echt hoch jumpen mal spründen kann der nicht der junge Mann nein 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 jetzt bleibt nein nein ach scheibenvereiser Mann ach scheibenvereiser Mann komischer das ist schon wieder ach das muss doch so ne scheiß Kante sein das ist eigentlich ich bin jetzt mal übersehen das gibt es doch nicht ach grübener Kackmonster hey der Mist da rein rein nein fuck ach ich schaffe mich an nie Mann hm hier bin ich nicht zu ok alles klar kannst du wissen da gibt auch keine Abkürzung mehr ne kannst du voll vergessen da wenn der Darwin's n gleich hochjumpen wird dann müssen wir uns im blöden Umweg latschen ach da bin ich schon zu spät shit ich weiß echt nicht was war's aber ich kann doch nicht ich kann doch auch nicht schneller rennen manchmal macht er das aber irgendwie macht er das nicht immer hm 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 jump nimmt Zeit weg wenn die Rolle genauso ist katastrophe wieder wieder zu langsam wieder zu langsam wieder hauts nicht hin wo ist der haken und da soll kommen muss darüber geschlägt kann das sein vielleicht darüber müssen und einfach nur darunter jumpen das glaube ich nicht darüber gibt es auch nicht links rum scheint es gut zu sein aber da kommen wir halt noch nicht hin irgendwie das ist creepy man ja klar bleibt doch auf dem status rückter vogel ach hier runter muss oder wenn das immer doch gekommen schaffst gar nicht mehr und das noch gekommen oder nicht doch nicht und jetzt ja ja genau meine rede oh man ach da lang da 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 klett das ist da rein zack uiuiui mein Freund was sind das? ok das hat nix gesah an den Klippen kann mich der Vogel wenns nicht so ok ist da rum ok vielleicht doch hallo von mir bist du dummig? und jetzt? taucht geradeaus aber wir sind gleich rein oder? so wir können den langen Weg gehen da entlang in der Hoffnung dass da was ist oder wir gehen den kurzen Weg rein der geht da rein wir probieren mal alle Wege hey 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 ich bin da ich bin da was wieso da war ein Felsvorsprung was soll das bitte wir kommen erst wirklich da hin ja ja ok man muss da rein das ist sozusagen vorgegeben hier der kurzester Weg zack rein mit dir falls andere kannst du vielleicht vergessen dann machen wir das ja jo so wir laufen da schwitzen da ist wie ein Schiff irgendwie irgendwie irgendwo irgendwann die Zeit ist reib für ein bisschen zärtlichkeit wir gehen hier irgendwo irgendwann so steig ich mich bitte nicht für meinen Gesinge so das Rätsel haben wir jetzt noch und dann machen wir Schluss für heute bestimmt schon wieder 40 Minuten auf dem Buckel so wie kann man hier hoch da aber wie kann man da hoch ah ok so gut jetzt natürlich auch so hm genau hm ok ich hab ne Idee ok right oder not right ja ich muss da rüber glaube ich deswegen jetzt die Steine na was soll das so nein 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 du Arsch hat er mich da runter gehustet was soll denn das bitte kommt da aber auch nicht anders hin oder oder dann kann ich da kl ist ja was weiß hin was heute etch betch hat nicht gereicht doofer Vogel was was so geht das hm 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 sag's mal und jetzt muss ich mich jetzt da festhalten hm ok alles geplant alles geplant natürlich ach so wegen dem einen ah ok cool ach so easy peasy lemon weah nicht da man easy peasy lemon squeezy das ist Schatten, das ist Schatten, das ist Schatten wo Schatten ist, das ist auch n n ne 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 Da muss man her... Hat man das jetzt ge... Das hat man jetzt nur gehört, ne? Gesehen hat man das nicht... Was ist denn da so eine Kung-Furi-Gruppe reingepostet? So ein Parcours? Oh, gegen den Forsten gelaufen. Und ähm... Da jumpt einer ganz wild umher. Total krass. Das machen wir das nächste Mal das Training, oder? Uiuiuiui! Ja, Ruhe! Nein! Fix! Okay Leute, ich würde sagen, das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Das war ein bisschen kniffligere Sache. Und ich glaube die Zeit ist auch schon wieder vorbei. Glaube ich zumindest. Ich hab da irgendwie das Gefühl. Jetzt probier's auch einmal. Wenn's schnell geht dann ja, ansonsten nicht. Einmal noch. Letzte Chance. Alles rum. Alles rum. Alles rum. Geht doch rum. Hä? Letzte. Letzte rum. Wo macht denn? Geht denn nicht ums Eck? So. Gott, was sind das denn jetzt? Wuh! Was muss ich jetzt machen? Oh Mann! Ah ah! Kann man ja nicht. Kann man nicht rüber? Ich nicht? Ich muss ja auf diesem blöden Netz rumtronnen. Ja. Geh halt dann hoch. Hä? Hallo? Rüberhangen. 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 Die Kamera! Toll. Danke. Ist ja blöd. Er spielt nur noch nicht gegen. Ja, ist ja gut. Mir spielt das trotzdem entgegen. Was du da machst. So. Selber schuld. Ätsch bätsch. So. Jetzt vertreibt's dich eh. Loser Bärchen. Das tut halt nix. Hopp. Hopp. Jetzt hat's aber echt Glück gehabt, ne? Dass ich das jetzt so durchrennen kann. So. Was im Nächsten? Ui. Ah, ok. Unten durch. Rüberhangen. 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 Hopp. Na komm, machen wir da. Holter die Polter. Und den Nächsten. Gib ihm. Was? Na dann, jetzt bin ich mal gespannt, was für ein Ding kommt. Der Vogel müsste jetzt weg sein. Drei Dinger. Geschafft. Wuhuuu. Tschüss Vogel. Bye bye. Guck, da hat Schnurze voll der Vogel. So, und wie komm ich jetzt hier wieder raus? Da raus. Okay. So, Männers. Und Mädchens. Und wer auch immer zuschaut. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schönen Tag. Schöne Woche. Wie auch immer. Ich bin raus. Heute haben wir wieder viel geschafft. Zwei Türme, oder? Haben wir heute geschafft? Oh. Stummelt und löst sich auf, oder? Ne. Täuscht. Okay. Passt. Da kommt noch ein bisschen was auf uns zu, glaube ich. Das schauen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssigowski. Bye bye. Palum palum.